Herzlich Willkommen zu einem neuen Chirurgie-Appetizer-Video, die Nummer 67 zum Zollinger-Ellison-Syndrom, ZES abgekürzt. Ich hatte zwei Inspirationen für dieses Video. Einerseits haben wir kürzlich in unserer Frühbesprechung mal über diese seltene Entität gesprochen. Und andererseits erinnerte ich mich da an mein Studium, wo das Zollinger-Ellison-Syndrom sehr sowohl in der inneren Medizin als auch in der Chirurgie Thema war. Denn das war eine Klinik in Marburg damals mit Schwerpunkt endokrine Chirurgie und entsprechend lag da der Fokus auch auf diesen endokrinen Krankheitsbildern. Und eine Übersichtsarbeit, die ich hier in diesem Appetizer zitieren werde, stammt auch aus der Marburger Klinik. Sie lernen hier etwas über die Definition, die wissenschaftliche Historie, die Pathophysiologie, die Diagnostik und den Diagnosealgorithmus, sowie die Therapie und den Therapiealgorithmus des Zollinger-Ellison-Syndroms. Beginnen wir mit der Definition. Das Zollinger-Ellison-Syndrom ist definiert über eine Trias, gastrointestinale Ulcera, bei gastraler Hypersekretion von Säure, also Hyperazidität des Magens, und Gastrinomen. Das Gastrinom führt zur gastralen Hypersekretion, weil Gastrin ist ja ein Stimulans für die Protonenpumpe, die ja Säure bildet, in den Belegzellen des Magens. Und daraus wiederum entstehen dann, viel Säure, Ulcera. Und zwar gibt es multiple typische Ulcera, zum Beispiel im Duodenum. Und anfangs haben die Erstbeschreiber des Krankheitsbildes, Zollinger und Ellison, hier für diese Entität atypische Ulcera im Jejunum für typisch gehalten. Die erste Konstellation, dass das multiple typische Ulcera sind, ist aber häufiger als die atypischen Ulcera, die zum Beispiel im Jejunum vorkommen. Bei den Gastrinomen wissen wir jetzt also genauer, dass das hormonaktive Neuroendokrine-Tumoren sind, NETZ. Die produzieren eben Gastrin und es handelt sich dabei um Non-Beta-Zell-Inselzell-Tumoren des Pankreas. Was ist die klinische Bedeutung des Zollinger-Ellison-Syndroms? Also einerseits sollte man es als Student oder Studentin kennen, denn prüfungsrelevant, da werden ja gerne mal Kolibri-Themen abgefragt. Und man sollte es als Kliniker wissen, wann der Verdacht auf ZES bestehen könnte. Stichwort multiple oder atypische Ulcera. Und man sollte wissen, was dann zu tun ist. Gastrinbestimmungen nach Absetzen von PPI etc. Aber das Krankheitsbild ist wie gesagt sehr selten. Häufigkeit wird angegeben ungefähr 0,1% aller Patienten mit Duodinal-Ulkus. Wobei mir das noch hochgegriffen erscheint. Und ungefähr 1 pro 1 Million Einwohner pro Jahr. Allerdings muss ich sagen, wir haben öfter mal Gastrinen bestimmt bei Patienten mit atypischen und rezidivierenden und multiplen Ulcera. Und eigentlich praktisch nie ein Gastrinom gefunden. Und auch die Nachfrage in der Nuklearmedizin ergab, dass auch dort vermehrt eigentlich praktisch nur hormoninaktive Neuroendokrine-Tumoren gefunden werden. Wie dem auch sei. Früher mal in Marburg habe ich mal so ein Krankheitsbild gesehen und im Studium. Aber das ist lange her. Vielleicht hat sich auch was verändert durch die Anwendung der modernen Diagnostik. Dass vielleicht Netz heutzutage früher in einem hormoninaktiven Stadium gefunden werden. Aber das ist nur so eine Überlegung, zu der ich in der Literatur bislang nichts gefunden habe. Ausbreitungsmuster. Gastrinome können lokal auftreten, regional und systemisch. Systemisch bedeutet vor allen Dingen Lebermetastasen können diese Tumoren bilden. Regional können Lymphknotenmetastasen auftreten. Und lokal gibt es einerseits pankreatische Netz. Also Tumoren, die im Pankreas-Parenchym liegen. Und es gibt aber auch duodenale Netz, Neuroendokrine-Tumoren, in der Duodenalwand. Also Gastrinome können pankreatisch sein oder duodenal. Wo sind jetzt diese Primärtumoren, die Gastrinome lokalisiert? Das ist ziemlich genau bekannt und in den Fallserien aufgearbeitet. Und zwar spricht man da vom Gastrinoma Triangel, vom Gastrinom-Dreieck. Das ist dieses Dreieck aus Ligamentum Hepatoduodenale, Duodenum und Pankreaskopf. Und dort befinden sich die Gastrinome entweder im Pankreaskopf oder in der Wand des Duodenum. 80 bis 90 aller Gastrinome sollen in diesem Dreieck lokalisiert sein. Seltener können dann Gastrinome auch noch im Pankreasschwanz oder sonst wo versprengt vorliegen. Und 50 bis 70 Prozent aller Gastrinome sind in der Duodenalwand lokalisiert. Also gar nicht mal im Pankreas, obwohl das ja eigentlich endokrine Pankreastumoren sind oder die als solche gelten. Und dann gibt es noch Besonderheiten, das hören wir dann nachher noch, zwischen den Gastrinomen, die als sporadische Gastrinome auftreten. Im Vergleich zu denen mit einer genetischen Ursache beim MEN1-Syndrom. Aber dazu später. Zur Literatur. Ich gebe Ihnen ja immer auch die Hinweise, wo Sie was nachlesen können, wenn Sie mehr wissen wollen. Und verweise vor allen Dingen auf die Leitlinien, wenn es welche gibt. Oder bei solchen seltenen Erkrankungen gibt es natürlich keine Leitlinien. Irgendwelche guten Übersichtsarbeiten. Und da habe ich Ihnen hier diese Arbeit aus der Klinik von ehemals Professor Rotmund, bei dem ich Chirurgie gehört habe, mitgebracht. Fendrich ist da der Erstautor. Der Zollinger-Ellison-Syndrom, das gewandelte Verständnis der Chirurgie, auch schon ein bisschen älter. 2005 publiziert, deutsche Übersichtsarbeit im Chirurgen, allerdings immer noch brauchbar. Dann hier eine relativ aktuelle Übersichtsarbeit aus dem World Journal of Gastroenterology 2021 aus der Klinik von Vincenzo Mazzaferro. Den kennen Sie von den Milan-Kriterien bei der Lebertransplantation für die HCC-Tumoren. Und hier, dieses ist eine umfassende Abhandlung über die wissenschaftliche Historie in Current Problems of Surgery. 94 Seiten dieses Epos hier. Aber da steht alles über die wissenschaftliche Historie drin. Ganz interessant. Habe ich aber nicht ganz gelesen. Nochmal zur Definition, und zwar zur historischen und der heutigen Definition, was sich da geändert hat. Also die Erstbeschreibung waren primär peptische Ulzerationen in atypischen Lokalisationen, nämlich im Jejunum. Gastrale Hypersekretion und Nachweis eines nicht spezifischen Inselzell-Tumors des Pankreas. Und heute wissen wir eben, wie ich es eben schon referiert habe, dass häufiger multiple peptische Ulzera sind als atypische Ulzera. Gastrale Hypersekretion, das ist geblieben. Und wir wissen heute, dass es nun Beta-Zell, Inselzell-Tumoren des Pankreas sind, die Gastrin sezernieren, also Gastrinome. Zur Historie des Zollinger-Allison-Syndroms. Das ist die erste Arbeit, Erstbeschreibung 1955, eigentlich noch gar nicht so lange her. Robert M. Zollinger zusammen mit einem Mitarbeiter Edwin H. Ellison in Columbus, Ohio. Das ist er, oder das sind Sie, Robert M. Zollinger, 1903 bis 1992 hat er gelebt. Und Edwin H. Ellison, 1918 bis 1970. Zollinger war Professor für Chirurgie an der Ohio State University und Herausgeber des Zollingers Atlas of Surgical Operations. Das Buch zeige ich Ihnen gleich noch. Und Ellison war damals ein chirurgischer Mitarbeiter von ihm, war ab 1967 dann selber auch Professor für Chirurgie in Milwaukee und soll gemäß Wikipedia Eintrag, da habe ich immer nachgelesen, 1970 sich das Leben genommen haben, also Selbstmord begangen haben. Die haben in dieser ersten Arbeit nur zwei Fälle auch berichtet, aber haben schon die entscheidende Hypothese über den pathophysiologischen Zusammenhang, den wir eben in dieser Trias schon gesehen haben, beschrieben. Und aus diesem Grunde werden die beiden mit dem Eponym für dieses Krankheitsbild gewürdigt. Das war diese erste Hypothese. Endokriner Pankreas-Tumor führt zu gastraler Säurehypersekretion, also Hyperazidität und führt dann zu gastrointestinalen Ulzera bzw. atypischen Ulzera im Jejunum. Und heute wissen wir eben, dass das nicht Beta-Zell-Tumoren sind, die Gastrin bilden, Gastrinome. Und heute wissen wir, dass es häufiger multiple typische Ulzera im Magen und Duodenum sind als atypische Ulzera. Das gibt es zwar auch, aber häufiger sollen die multiplen Ulzera sein. Das ist der bereits erwähnte Atlas of Surgical Operations von Zollinger, den er zusammen mit seinem Sohn, der genauso heißt, Robert Milton Zollinger Junior, publiziert hat, bis zur achten Auflage. Und interessanterweise wird das jetzt in der zehnten Auflage, so sieht das Buch heute aus, von einem gewissen E. Christopher Ellison publiziert, zusammen mit dem Zollinger Junior. Und Ellison ist ein inzwischen ebenfalls emeritierter Professor für Chirurgie der Ohio State University, der nach meiner Erkundigung aber nichts zu tun hat mit dem Ellison, der das Zollinger-Ellison-Syndrom mit beschrieben hat. Dieser Ellison ist wiederum aktueller Präsident des American College of Surgeons und forscht aber auch über das Zollinger-Ellison-Syndrom. Welche Symptomatik haben Patienten mit einem Zollinger-Ellison-Syndrom? 75% sollen Abdominalschmerzen haben, 73% Diarrhoe, voluminöse Durchfälle. Das soll bedingt sein durch die Volumenüberlastung des Darms, durch die exzessiv erhöhte Säure-Sekretion und durch die Inhibition pankreatischer Enzyme, wobei das erstere entscheidender sein soll. 42% der Patienten sollen auch Sodbrennen haben, 28% Übelkeit, 26% Erbrechen, 7% Gewichtsverlust. 25% Gastrointestinale Blutungen als initiales Symptom und nur in 3% wird initial die richtige Diagnose gestellt. Also das mahnt uns doch, uns mit diesem Krankheitsbild etwas zu beschäftigen und vielleicht etwas häufiger mal Gastrin zu bestimmen. Denn diese Symptomatik, wie sie jetzt hier so aufgeschrieben ist, die ist ja nun doch nicht ganz so selten. Und auch im Kollektiv der Reflux-Patienten muss man wohl häufiger mal Gastrin bestimmen, um dem nachzugehen, ob nicht ein endokriner Pankreas-Tumor, ein Gastrinom dahinter stecken könnte. An dieser Stelle kann jetzt ein kleiner Diskurs in die innere Medizin nicht schaden, Differenzialdiagnosen der chronischen Diarrhoe, Guidelines der British Society of Gastroenterology von 2018, also noch relativ aktuell. Und da finden Sie diese eingeteilt in häufige, weniger häufige und seltene Differenzialdiagnosen. Und ich lese Ihnen mal schnell vor, dass Sie es halt videomäßig mal einmal kurz durchgedacht haben, durchdacht haben, Reizdarmsyndrom. Chologene Diarrhoe, Gallensalze, das kann auftreten zum Beispiel nach Entfernung der Gallenblase, da kommt es vermehrt zu chologener Diarrhoe, also Durchfälle nach Gallenblasenentfernung ist zwar nicht so häufig, kann aber durch Gallensalze bedingt verursacht werden. Diätetisch, künstliche Süßungsmittel, also wenn Sie zu viel Süßstoff essen, Koffein, fermentierbare Oligosaccharide, kolorektales Karzinom im Sinne der paradoxen Diarrhoe, entzündliche Darmerkrankungen, Zöliakie, dann gibt es medikamenteninduzierte Diarrhoe, Antibiotika, NSAR, PPI im Übrigen auch und die sogenannte Overflow Diarrhoe. Weniger häufig, bakterielle Fehlbesiedlung des Dünndarmes, Mesenteriale Ischämie, Lymphome, chirurgische Ursachen, Dünndarmresektion, Inkontinenz, chronische Pankreatitis, Strahlenenteropathie, Pankreaskarzinom, Hyperparathyroidismus, also Calcium, Hyperkalzämie kann Diarrhoe machen, Diabetes, chronische Infektion, Giardiasis, Zystische Fibrose. Und die seltenen Ursachen lese ich Ihnen auch noch schnell vor, Enteropathien, Morbus Wippel, tropische Spruh, Amyloidosen, Hypoparathyroidismus, Morbus Edison, hormonaktive Tumoren, Vipom und da haben wir es endlich, das Gastrinom. Karzinoide, die autonome Neuropathie, Diarrhoea Faktitia, also durch Abführmittel gemachte Diarrhoe, Faktitia gemacht. Brainard Diarrhoe, kommen wir jetzt zum Diagnosealgorithmus für die Gastrinome bzw. das Zollinger-Allison-Syndrom. Und zwar ist das jetzt einer Arbeit entnommen von Allison und zwar dem, nicht dem Erfinder des Krankheitsbildes, sondern dieses aktuellen Präsidenten des American College of Surgeons, der heute der Herausgeber auch dieses Zollinger-Atlas ist. Alles etwas kompliziert. Also hier, erste Maßnahme ist immer, nüchtern Gastrin im Serum zu bestimmen. Und zwar auf PPI für 72 Stunden. Also mindestens 72 Stunden sollen Säureblocker pausiert sein, bevor man das nüchtern Gastrin im Serum bestimmt. Und wenn es jetzt erhöht ist, Hypergastrinämie, dann besteht der Verdacht auf ein Gastrinom und bei normalem Gastrin-Ausschluss-Gastrinom. PPI führen nämlich zur sekundären Hypergastrinämie und deshalb ist es wichtig, diese Messung auf PPI zu machen. Kurz als Exkurs die Regulation der Säureproduktion im Magen noch einmal. Physiologisch ist das so, oft PPI. G-Zellen im Magen antrum stimulieren über die Sekretion des Hormons Gastrin zur Produktion von Säure. Dann ist mehr Säure da und die Säure hemmt die Gastrinproduktion. Regelkreis. Unter laufender PPI-Medikation, also on PPI, ist das Ganze gestört. Da ist es so, dass die Belegzellen gehemmt werden, also die Protonenpumpe wird gehemmt, also haben wir weniger Säure im Magen. Das merken die G-Zellen. Die G-Zellen produzieren dann mehr Gastrin, weil sie denken, der Magen ist zu wenig sauer und stimulieren wieder die Belegzellen. So kann PPI zu einer reaktiven Hypergastrinämie führen und gegebenenfalls auch sogar zu einer Hyperazidität des Magens. Es gibt zumindest Arbeiten, die das beschreiben, wo das gemessen worden ist. Und so können die PPI sogar die Symptome verursachen, die sie eigentlich behandeln sollen in Einzelfällen. Aber merken Sie sich, sekundäre Hypergastrinämie on PPI. So, jetzt geht der Diagnosealgorithmus weiter. Jetzt kann man optional, also fakultativ, als Möglichkeit eine Magensaftanalyse machen. Das wird aber heute nur noch selten gemacht. Hyperazidität würde dann wieder für ein Gastrinom sprechen können. Und bei normaler Magensäure ist das Gastrinom ausgeschlossen. Nächste Maßnahme ist dann der Sekretin-Stimulationstest. Zwei internationale Einheiten Sekretin pro Kilogramm Körperwicht per Bolus intravenös werden appliziert. Und bei einem Anstieg des Serumgastrin um mehr als das Doppelte des Basalwertes gilt ein Gastrinom als bewiesen. Und bei keinem oder einem geringeren Anstieg des Serumgastrin gilt das Gastrinom als ausgeschlossen. So, und wenn man jetzt biochemisch nachgewiesen hat, dass ein Gastrinom da sein müsste, dann muss man als nächstes Lokalisationsdiagnostik machen. Und dann ein MEN-Screening. Und was das ist, zeige ich Ihnen gleich. Ich will jetzt nicht im Einzelnen auf die ganze Lokalisationsdiagnostik eingehen. Nur erwähnen, da stehen nuklearmedizinische Methoden an erster Stelle. Man macht einen Oktriotide-Scan. Netz exprimieren Sumatostatin-Rezeptoren. Deshalb kann man mit Oktriotid-Scan hier was nachweisen. Dann gibt es das Gallium-68-Dotatate-PET-CT. Das ist ein Tracer, was für die neuroendokrinen Tumoren auch verwendet wird. Und da gibt es verschiedene andere Spielarten. Wir hatten ja schon ein bisschen drüber gesprochen bei den Nebennieren-Tumoren. Computertomographie und MR haben natürlich hier ihre Bedeutung. Und auch der endoskopische Ultraschall. Aber bei den ganz kleinen, unter einem Zentimeter großen Tumoren hat auch der endoskopische Ultraschall seine Grenzen. Da ist der palpierende Finger des Chirurgen wahrscheinlich noch sensitiver. Und letztlich ist das das beste Diagnostikum. Und so ist das früher auch viel gehandhabt worden, dass die Patienten dann freigelegt worden sind. Und wie das vonstatten geht, das zeige ich Ihnen dann gleich noch. Eine interessante Sache ist noch SASE, der selektive angiografische Sekretin-Injektionstest. Das ist eine Methode, bei der zwei Katheter geschoben werden. Einmal arteriell in den Trunkus Zyliacus. Und dann kann man die verschiedenen Gefäße dort super selektiv anspritzen mit Sekretin. Und dann ein venöses Sampling über einen zweiten Katheter machen, der über die Vena cava in die Lebervenen geschoben wird. Also so kann man in Problemfällen dann auch noch Lokalisationsdiagnostik machen, um genauer herauszufinden, wo man denn jetzt nach dem Gastrinom suchen müsste. Multiple Endokrine Neoplasien, MEN1 ist noch ein Thema. Calcium und Parathormonen deuten auf einen Hyperparathyroidismus hin. Das muss im Zusammenhang mit einem Gastrinom, Zollinger-Elsensyndrom, unbedingt abgeklärt werden. Außerdem täuscht Hypercalcemia, hatte ich schon gesagt, einen falsch positiven Sekretin-Test vor. Dann gibt es das PPP, das pankreatische Polypeptid. Dann gibt es Prolaktin, wegen der Prolaktinome. Und dann ein genetisches Screening auf das Menin-Gen kann noch gemacht werden. Heutzutage ist das verfügbar. So, jetzt gibt es zwei Formen des Krankheitsbildes. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet. Und zwar einmal das sporadische Zollinger-Elsensyndrom. Und das MEN1-assoziierte Zollinger-Elsensyndrom. Diese Unterscheidung präoperativ ist wichtig, da die Charakteristika der Gastrinome bei den beiden Formen der Erkrankung unterschiedlich sind. Da braucht man eine Diagnostik mit Familienanamnese. Calcium im Serum, Parathormonen, eigentlich das, was ich eben schon gesagt hatte. Prolaktin, wegen Prolaktinomen. Und die multiplen endokrinen Neoplasien waren ja schon mal kurz, manche von Ihnen erinnern sich vielleicht, in Nummer 56 Appetizer zur Nebenniere 2 angesprochen worden. So, jetzt kommen wir zur chirurgischen Exploration. Wie funktioniert das? Das macht man über eine Oberbauch-Querlaparotomie in der Regel, weil man da besonders gut an das Pankreas rankommt und an das Duodenum. Exploration der Abdominalhöhle. Bei einer diffusen Lebermetastasierung würde man keine weitere Suche und Exzision des Primärtumors anstreben. Das macht dann keinen Sinn. Regionale Metastasierung wird mit Mitresektion der Lymphknoten im Sinne der Lymphadeniektomie angegangen. Jetzt in der Bauchhülle. Nach Exploration werden dann das Pankreas und die Milz freigelegt. Mobilisation des Duodenum von lateral heißt Kocher-Manöver. Und so wird dann der Pankreaskopf exploriert, wie zur wippelschen Operation, die man aber dann ja möglichst nicht durchführen möchte, sondern man möchte nur in der Duodenalwand und im Pankreas die Gastrinome gerne tasten. Und das funktioniert am besten natürlich, wenn die größer sind. Und gut ist natürlich, wenn man aus der Diagnostik schon weiß, wo man zu suchen hat. Aber Anhaltspunkt ist natürlich das Gastrinom-Dreieck. Das ist ja bekannt. Und der tastende Finger soll die höchste Sensitivität für das Erkennen der Gastrinome auch der in der Duodenalwand haben. Dann wird die Milz auch erforderlichenfalls von lateral aus freigelegt. Also die Milz ist ja mit Ligamenten aufgehängt. Wenn man die Milz vollständig mobilisiert, kann man den Pankreasschwanz vorklappen und dann auch den Pankreasschwanz und den Pankreaskorpus von lateral kommend palpieren. Also eine sehr gute Mobilisation ist da wichtig. Die Gefäßversorgung bleibt dabei natürlich möglichst erhalten. So, dann palpiert man und führt den intraoperativen Ultraschall durch. Der intraoperative Ultraschall, der ist besonders am Prozessus Unsinatus wichtig, weil dort eben schwierig zu palpieren ist. Und da muss uns dann der intraoperative Ultraschall helfen. Gastrinome sind typischerweise echoarm im Ultraschall. Jetzt der Unterschied zwischen sporadischen Gastrinomen und Zollinger-Ellison-Syndrom bei MEN1. Die sporadischen Gastrinome sind meist 2 bis 3 cm groß und am ehesten im Pankreaskopf lokalisiert. Die werden dann enukleiert und welche im Pankreaskorpus oder Schwanz werden durch milzerhaltende Pankreas-Links-Resektion behandelt. Milzerhaltend bedeutet, dass man den Pankreasschwanz abpräpariert von der Arteria lienalis und insbesondere der Vena lienalis, die ja noch weiter etwas nach Kaudal hinter dem Pankreas verläuft. Und da muss man dann die einzelnen Zuflüsse bzw. Abflüsse unterbinden. Und das macht das zu einer aufwendigen Prozedur, wenn man die Milz erhalten möchte. Beim Zollinger-Ellison-Syndrom, welches mit MEN1 assoziiert ist, hat man meist duodinale Gastrinome. Und die sind meist kleiner als die sporadischen Gastrinome, nämlich 1 bis 10 mm. Und diese metastasieren im Unterschied zwischen den sporadischen Gastrinomen seltener und wenn sie metastasieren, dann erst spät. Und da gibt es eine Operation nach Thompson, 1989 beschrieben. Und der hat verschiedene Prinzipien, die Sie jetzt aus den vorgenannten Ausführungen, vorher gemachten Ausführungen bereits kennen. Also das können Sie jetzt alle schon. Pankreas-Freilegung, können Sie sich schon was darunter vorstellen. Palpation und intraoperativer Ultraschall, verstehen Sie bereits. Milzerhaltende Pankreas-Links-Resektion, wissen Sie schon was es ist. Enukleation von Pankreaskopf-Netz, also neuroendokrine Tumoren im Pankreaskopf, werden enukleiert, wie eben gezeigt. Und über eine Duodenotomie werden duodenale Netz, also neuroendokrine Tumoren in der Duodenalwand exzidiert. Und das Ganze wird auch noch kombiniert mit einer regionalen Lymphadenektomie. Also da wird zum Beispiel das Ligamentum Hepatoduodenale ausgeräumt. Ähnlich wie bei der D2-Lymphadenektomie, bei der Gastrektomie wird man da vorgehen. Problem bei dieser OP nach Thompson, also Vorteil ist zunächst mal, was beobachtet worden ist, dass das die Lebermetastasierung recht gut verhindert. Also die kriegen auch nach langer Nachbeobachtung, 18 Jahresdaten zum Beispiel, habe ich gesehen, keine Lebermetastasen. Aber das Problem ist schlechte biochemische Heilungsraten. Also es bleiben da dann doch wohl noch Bildungsorte für Gastrien über. Und aus diesem Grunde ist man zur Alternative OP nach Kauschwippel übergegangen und hat diesen Patienten die Pankreaskopfresektion und Resektion des Duodenums bei der Pylorus erhaltenen Pankreaskopfresektion angeboten. Und wenn Sie sich mit der Operation noch nicht gut auskennen, dann gucken Sie sich den Chirurgie-Appetizer zum Pankreaskarzinom an. Da ist die Operation nach Kauschwippel in der gerade jetzt erschienenen Neuauflage ausführlich erklärt mit allen Spielarten. Das war die Neuauflage des vierten Chirurgie-Appetizer vom 16.12.2020 jetzt am 18.04. neu aufgelegt. Insgesamt sind diese beiden Videos insgesamt jetzt 9679 mal aufgerufen worden und haben 344 Likes erhalten. Abschließend möchte ich jetzt noch einen komplexen Therapiealgorithmus zeigen aus einer bekannten italienischen Klinik Rossi und Kollegen. Therapiealgorithmus, modifiziert nach Rossi 2021, also ganz aktuell im World Journal of Gastroenterology publiziert, beginnt mit der symptomatischen Therapie in Form von Säuresuppression. Dieser Säure-Exzess bei diesen Patienten wird erstmal weggenommen mit hochdosierter PPI-Einnahme oder H2-Blockern. Und dann unterscheidet dieser Algorithmus die lokalisierte Erkrankung und die fortgeschrittene metastasierte Erkrankung. Bei lokalisierter Erkrankung geht es zur radikalen chirurgischen Resektion mit den eben genannten Prinzipien. Eine Besonderheit sind endoskopisch detektierte Dehnens, also duodenale Neuroendokrine Neoplasien. Also wenn man endoskopisch mit den modernen Techniken dort etwas resizieren kann, kann man sich das überlegen. Allerdings sind all solche Interventionen im Duodenum immer relativ mit hohem Risiko behaftet. Die kriegen häufig nekrotisierende Pankreatitiden, wenn man dort ESDs, also endoskopische Submukose Dissektionen im Duodenum macht. Wenn Sie nicht wissen, was ESD ist, dann gucken Sie sich den Chirurgie-Epitheiser zum Berit-Ösophagus an. Da ist das mitbehandelt, diese Thematik endoskopische Mucose-Resektion, endoskopische Submukose-Dissektion. Beim MEN1-assoziierten Gastronomen kleiner 2 cm erscheint eine beobachtende Strategie gerechtfertigt, weil, wie gesagt, diese Tumoren weniger aggressiv sind als die sporadischen Gastronome. Und bei den ganz kleinen MEN1-assoziierten Gastronomen könnte die beobachtende Strategie gewählt werden, wobei hier ist bei diesem Krankheitsbild jede Menge akademische Kontroverse zwischen Internisten und den Chirurgen drin gewesen. Chirurgie kommt auch bei der fortgeschrittenen Erkrankung in Betracht in Form von kurativer Resektion. Die Balking bis hin zur Lebertransplantation ist da schon was gemacht worden. Jetzt muss man dazu wissen, dass dieses Paper hier aus einer Klinik von Mazzaferro kommt, das eine Transplantationsklinik ist. Also die haben da Erfahrung natürlich auch mit solchen Dingen. Und jetzt gibt es noch viele weitere Therapien, die hier einen Stellenwert erlangt haben. Lokoregionale Therapien, Thermoablation, Tarze, transarterielle Chemoembolisation, Tare, transarterielle Radioembolisation, dann gibt es PRRT, Peptide Radioreceptor Therapie, dann gibt es systemische medizinische Therapien mit SSAs, mit Targeted Therapies und Chemotherapie. Ich will jetzt auf diese medizinischen und sonstigen multimodalen Therapieprinzipien gar nicht weiter eingehen. Da können Sie zum Beispiel diese Arbeit lesen, ist glaube ich frei verfügbar von Rossi, World Journal of Gastroenterology. Wenn Sie das Thema interessiert, können Sie da intensiv sich mit der Thematik beschäftigen. So, Sie kennen jetzt kurzer Überblick über die Definition, wissenschaftliche Historie, Pathophysiologie, Diagnostik, Diagnosealgorithmus, Therapie, Therapiealgorithmus und das operative Vorgehen beim Zollinger-Elsen-Syndrom und zwar sowohl bei den sporadischen Gastrinomen als auch beim MEN1-assoziierten Zollinger-Elsen. Sie kennen jetzt auch die Säureregulation des Magens und Sie haben auch einen Überblick gewonnen über die Differenzialdiagnosen der chronischen Diarrhoe. Ja und das war es auch schon wieder, das 67. Video der Chirurgie-Appetizer-Serie. 67 Vorlesungen aus dem Gebiet der Chirurgie, Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie, Thoraxchirurgie. Wir haben auch wieder zwei Kandidaten für unsere chirurgische Ruhmeshalle kennengelernt. Robert Zollinger und Edwin Ellison werden in der Neuauflage der Ruhmeshalle aufgenommen werden. Ja und der Chirurgie-Appetizer besteht jetzt also aus 67 Videos mit einer Gesamtspielzeit, wenn Sie alles Relevante ansehen wollen. 32 Stunden, 6 Minuten und 58 Sekunden. So Dinge wie Weihnachtsvorlesungen sind da nicht mitgerechnet. 237.093 Aufrufe und 10.782 Likes hat es gegeben. Vielen Dank dafür und der Kanal hat 5147 Abonnenten. Ja und wenn Ihnen das Video gefallen hat, wie immer bitte liken Sie es, abonnieren Sie den Kanal und nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.